So, nächstes Hotel in Traverse City. Wir haben hier unser Badezimmer, wo man rechts reinkommt. Ähnlich wie im anderen, so eine Duschwanne. Dann haben wir Mikrowelle, Kühlschrank, Spüle, Schränkchen. Wieder zwei Betten, was Tony natürlich wieder gefreut hat, was ich wieder nicht verstehen kann. Riesig irgendwie. Total cool. Sieht irgendwie elegant aus. Das coolste ist, wir haben einen Balkon. Mit, oh Gott, wo machen wir den auf? Mit Seeblick. Mega cool. Ziemlich cool ist auch, dass wir hier so einen hotel-eigenen Strand haben. Heute ein bisschen bewölkt, aber vielleicht chillen wir uns da gleich nochmal hin. Mal sehen. Ist auf jeden Fall, bis jetzt würde ich sagen, das beste Hotel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.